und damit herzlich willkommen liebe Clasher bei mir dem Thorsten Akatoto beim Clan 2 Warriors ja wie versprochen noch eine spätnachmittagliche Folge von der ich leider ein bisschen abgehalten wurde da plötzlich eine Action Kamera vorbeiflog wir ein paar nette Videos gemacht haben und dann noch jemand da stand und sagt hey kannst du mal im Garten helfen na klar kann ich im Garten helfen gar kein Problem und so ist das Video hier irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten aber ich habe nicht vergessen es zu machen es kommt halt super spät ist mir egal ich bin es auch schuldig und dementsprechend wollte ich auch noch auf so ein paar Sachen eingehen denn wir haben hier Ausnahmezustand neun Tage also es ist jetzt schon zwölf Stunden Alters Event haben wir dreimal Clan XP und zwar für drei Jahre Clan Kriege bei Clash of Clans ich bin noch nicht so lange dabei muss ich sagen ich bin jetzt so knapp zwei Jahre etwas länger als zwei Jahre dabei Kenne es also eigentlich gar nicht anders als mit Clan Kriegen also diese Zeit dann davor kenne ich natürlich nicht und was noch richtig krass ist gerade für die r8 der r9er ist das Event mit den Hawk Riders was in elf Stunden 34 Minuten startet ich denke mal da werden wir richtig schöne Angriffe nämlich genau mit diesen Truppen hier im ck und auch beim Farm sehen und deswegen wollte ich einfach mal fragen macht ihr hier mit neun Tage elf Stunden wir haben heute eine Clan Nachricht bekommen dass wir das ist natürlich jetzt dreifach XP gibt aber sind wir mal ehrlich wir sind Clan Level 12 und ihr wisst selber in den Clan Perks geht sie eh nur bis 10 also was machst du eigentlich ab Clan Level 10 ja da machst du ein paar nette da machst du ein paar nette Clan Kriege da machst du natürlich EP da machst du dein Level gewinnt vielleicht ein bisschen mehr an Ansehen so nach dem Motto oh ein Clan Level 12 der ist aber gut ja ist natürlich totaler Nippes ist ja gar nicht so und deswegen würde mich das mal interessieren wie ihr das hier haltet ich hatte das ja schon hinterfragt ob ihr das auch checkt machen wir hier richtig die fette XP oder machen wir hier eher normalen Clan Krieg und nehmen die EP halt mit wie sie kommen wir haben uns dazu entschieden dass wir einen normalen Clan Krieg machen egal wie die EP kommt also wir haben jetzt nicht auf biegen und brechen versucht hier irgendwo ein 40er oder 50er aufzutreiben das wäre auch totaler Blödsinn gewesen das haben wir schon mal gemacht da haben wir ganz viele Leute aus diesem Clan raus gekickt und sind dann ähm und haben dann andere hier rein geholt aus aus unserem Partner Clans die jetzt sowieso bei uns sind das kommt noch dazu ja die sind im Moment oder die sind nicht im Moment sondern die sind ja zu uns dazu gekommen wer meine wer meine Folgen verfolgt hat der weiß dass wir mal fusioniert haben und die Masse ist da ist hier ist hier mit rein gekommen und ähm dementsprechend ist eigentlich die Frage ganz überflüssig was machen wir holen wir andere Leute wir sind so wie wir sind ähm der einzige der noch dazu gekommen ist ist der Avatar das hatte ich ja schon angedroht dass der MCK so ein bisschen mitmacht und auch der Hocke hat ein zwei seiner Arbeitskollegen glaube ich hier noch reingeholt beziehungsweise ein älterer member von uns der so ein bisschen woanders umgeclashed hat ist wieder dabei das ist der Praver 7 das ist der Timo und das freut mich auch auch wenn ich da natürlich ein dummen Spruch gebracht habe Mensch ist er endlich wieder dabei dann passiert das und das ist ganz witzig das passt so richtig schön zu diesem Abend und ähm deswegen äh hatte ich einfach nochmal gedacht wie macht ihr das hier bei diesem Event denn es ist schon wirklich krass was aber noch viel krasser ist muss ich mal so sagen ich muss hier mal eben so ein paar Trupps Kies nachbauen ähm ich nehme mal noch ein Gift mit und äh wir trainieren die Truppe mal nach ich habe noch eine andere Truppe gleich auf Lager für unseren zweiten Angriff aber es gibt ja noch was ganz aktuelles hier bei Clash of Clans gerade zu dem Jubiläum gibt es nämlich im Shop so ein richtig nettes Pack auch für mich ist dieses Pack richtig nett muss ich sagen zwei Tage elf Stunden na das würde so richtig schön hinhauen kostet nur 10 Euro jetzt habe ich da versehentlich drauf geklickt ähm da muss ich gerade mal wieder wegklicken kostet nur 10 Euro 125.000 dunkles und 1200 Juwelen das wäre natürlich richtig super um den King direkt auf 38 zu bringen ähm das äh dunkle geht hier in jedem Fall in die Kasse weil man hier so ein bisschen dann ähm mehr Kapazität hat als die 200.000 wir wären dann also bei 225.000 1200 Juwelen jetzt hier drauf ja das ist in Ordnung die musste ich jetzt nicht wirklich haben aber das Angebot ist wirklich gut und wenn ich überlege dass das Angebot läuft noch was hat man gerade geguckt ähm in der Info seht ihr es das Angebot läuft noch ähm da oben zwei Tage elf Stunden also das ist richtig attraktiv für mich und ich bin auch wirklich am Hadern mit mir ob ich das jetzt nicht annehme oder erst in einem Tag oder doch in zwei Tagen je nachdem wie viele Gems ich für meinen King brauche um den auf ähm auf den Level 37 zu geben damit ich hier im CK richtig schöne Angriffe machen kann für euch und ähm also das weiß ich noch nicht mehr ähm vielleicht schreibt es mir in die Kommentare Toto Gem die Scheiße oder ne mach nicht sei geizig Geiz ist geil ähm ist ja immer so ein Motto und ähm ich bin ja eigentlich geizig allerdings nur mit meinem Elex mit allen anderen Sachen ist es mir eigentlich egal ich habe sogar zwei Morgen geschafft ihr seht hier hinten in dem Bereich war ja mein Ziel so ein bisschen was zu machen habe ich gepackt auch wenn ich sehr wenig gefarmt habe aber im Shop gibt es noch mehr wir gehen nochmal rein das finde ich richtig krass diese äh Geschenke die man den Clanmitgliedern machen kann finde ich wirklich gut den äh Juwelenbeutel die äh ähm ähm Juwelenkiste haben wir hier glaube ich dann haben wir hier unten den Sack auf Gems das müsste ein Juwelensack sein und dann natürlich die Truhe auf Gems und das ist natürlich schon krass für 100 Euro kriegst du 14.000 äh 14.000 äh Juwelen und jeder von 20 Mails das heißt also man bekommt dann ja im Chat so einen kleinen Hinweis Achtung es ist so ein Geschenk verfügbar und das braucht man nur klicken und kriegt 100 Gems dazu für Noppes also das finde ich schon richtig gut das sind insgesamt 16.000 Gems die man hier für 99 Euro ergattert und das also einige nutzen das bei uns aber jetzt habe ich schon wieder da drauf geklickt äh nee jetzt muss ich das schon wieder weg klicken das will ich ja nicht und ähm dementsprechend äh finde ich das ist das ein richtig schöner Schachzug hier also diese Gift Geschenke bei uns nehmen immer mal wieder Leute hier so ein 10 Euro Geschenk kriegt halt jeder 20 Gems und gut ist allerdings finde ich dieses Park hier mit den 125.000 für mich persönlich jetzt als RH10 meine RH9 interessiert das überhaupt nicht sehr attraktiv und ähm mal sehen ob ich mir das gönne oder nicht ähm wie gar eben schon gesagt ähm schreibt mir das in die Kommentare ähm ich werde es so tun wie ihr es wollt das da könnt ihr sicher sein genauso sicher wie diese zweite Folge hier kam und ähm wie ich hier auch wieder Farmangriffe mache mit meiner Armee oh das ist ja genau einer ja der passt mir Queen ist am Start wir haben ähm drei Wutzauber wir haben einen Sprungzauber und ähm wir haben keine Teslas zu überwinden also richtig krasses Teil haben nur sechs Mauerbrecher dabei äh sechs Kobold dabei das heißt überhaupt keine coole Farmarmee und ich würde sagen wir machen ein Queen Walk ja wir machen Queen Walk mit unserer Queen hier und ähm gucken mal dass sie hier jetzt schon in die Base rein geht ähm da klick mal hier mit Magier und ich kliere auch hier mit Magier auch wenn sich die Kanone jetzt gleich umdreht das wäre mir sogar egal aber die Queen geht hier jetzt äh super durch ich brauche noch nichts anderes geben ja das ist natürlich genial hier im ersten Wurf gleich so einen Gegner zu kriegen jetzt kriegt die ähm Königin natürlich schon so ein bisschen Feuer jetzt muss ich mal sehen dass ich hier gleich meinen ersten Wut womöglich zünde oder aber ich lasse sie hier noch noch weiter reingehen mal sehen ob die Mauerbrecher durchgehen jawohl die Mauerbrecher gehen durch und die Queen könnte eigentlich tatsächlich ganz bequem hier durchlatschen machen wir aber nicht wir kommen mal von hier hinten mit unserer Clan Burg und mit unseren restlichen Riesen rein die lösen schon mal schön eine Burg aus wir nehmen hier äh eine Bombe aus wir nehmen hier den Sprung schon mal rein und ähm ziehen jetzt hier unsere gesamten Truppen mal ein bisschen nach ich mache den Angriff gerade am PC deswegen muss ich die Truppen so ein bisschen punktual setzen hier das ist sicherlich nicht so schlimm aber ist natürlich hinderlich und die Truppen latschen jetzt alle außenrum ja super geil ja super scheiße ist das eigentlich aber es ist mir egal die Queen macht hier sicherlich jetzt gleich die Mitte da gehen jetzt sogar die paar Cubis glaube ich waren sie gehen jetzt in die Mitte hier rein ähm und jetzt kommen noch ein paar Magier zu dann äh kann ich jetzt hier auch noch meinen zweiten Wut schmeißen dann kriegen die Magier wenigstens noch so ein bisschen ja das ist wieder so ein typischer Toto Live Angriff hier am PC macht nichts ihr seht selber sieht gut aus ja wir äh riesen hier eben mal diese beiden Tesla hier weil den einen Tesla wird die Queen gleich machen ich kann sie auch noch zünden und ist ja noch ein bisschen was unterwegs ja ist doch kein Thema ähm Rathaus haben wir und ähm ich denke mal das Ziel wird noch sein ein Elex Lager mal schauen wie weit die jetzt kommt ich gifte den King jetzt ein bisschen dass der nicht ganz so viel Schaden macht und die Skellis auch noch ein bisschen was abkriegen ja perfekt so sieht es gut aus jetzt macht sie noch das Lager lässt sich jetzt natürlich wahrscheinlich abballern ist aber an der Stelle nicht so tragisch wir haben coolen Not mitgenommen hatten mal eine äh super Farm Truppe am Start und ähm ich habe alles gesetzt 3000 dunkles und der Rest ist auch völlig in Ordnung für mich das passt da ich ja das dunkle jetzt nicht unbedingt hier für den King brauche und auch nicht fürs Labor also da können wir jetzt ruhig mal wahrscheinlich noch mal ein bisschen raus pushen das bauen spare ich mir wir sind aktuell im CK ich bin mit einigen Charts dabei der Gegner sieht machbar aus für uns wir haben auf unsere RH8 heute verzichtet das heißt wir haben hier unten 3 RH9 auf 30 29 28 28 und haben hier unten auf der Seite des Gegners ein 7er ein 8er und ich glaube ich habe gesehen einen nicht so starken 9er genau das ist nämlich auch noch ein 8er der sein Rathaus auf 9 hat und ähm das sind denke ich mal schon mal ein paar Angriffe weniger für den für den Gegner im unteren Bereich im oberen und im mittleren Bereich sieht es relativ ausgeglichen aus und ähm ich sag's ja immer ja ich sehe das total zuversichtlich aber mal schauen was da ist der Gegner glaube ich ein 8er beziehungsweise ein RH11 hier mehr ich muss mal eben schauen was für eins ist ja Eagle Atelier auf 1 ok und ähm wenn wir in den direkten Vergleich gucken wer bei uns 8 ist immer schauen das ist der äh Preva selber ja Preva gute Base ähm ich hab ja noch nichts verraten ich hab nur die Base kurz gezeigt hoppla da sind ja ganz ganz schön viele Riesenbomben drin ähm und ähm er hat ein paar gute Truppen am Start das gucken wir hier jetzt mal das war natürlich jetzt ein doofes versehen aber kann ich nicht ändern ich gehe mal davon aus dass der Gegner keins meiner Video guckt und äh mit 40 und 39 ist das schon ganz schön weit gekommen ja super das sieht gut aus und ähm das war es in jedem Fall von der Folge ich wollte euch das nicht vorenthalten was es hier eigentlich Neues in Clash gibt manchmal hat hat man ja das Gefühl dass einem so ein bisschen was hier entgleitet dass man was nicht mitbekommen aber da seid sicher ich bekomme die Events immer mit und ähm werde hier immer am Ball bleiben bei äh Clash of Clans äh bin auch in dem offiziellen Forum tätig mit einigen Posts was man da halt immer immer mal so tut und ähm auch in der deutschen Szene kenne ich mich eigentlich relativ gut aus und ähm von daher wollte ich euch wie gesagt das nicht ganz vorenthalten dass es hier coole Events gibt dass wir sie mitspielen und wie wir sie vor allen Dingen mitspielen also wir machen jetzt nicht hier die Super Gaudi und EP 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 das haben wir jetzt als Clan Level 12 der auf einem guten Weg zu 13 ist nicht unbedingt nötig dass wir uns hier irgendwas zusammenraffeln ähm ich sag mal viele EP holen aber jeden CK hier in den 10 Tagen verlieren das machen wir sicherlich nicht aber wir machen 1 wir clashen weiter hier in Clash of Clans und ich verbleibe euer Toto Clasht ja